Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games und heute mit dem lieben Herr Bergmann LP. Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann. Aber er heißt Herr Bergmann ORG. Ja, das ist deine alte Homepage, Herr Bergmann. Nee, nee, für mein zukünftiges Netzwerk, weißt du, wenn ich dann irgendwann richtig ausraste mit meinen 3 Milliarden Abonnenten, dann mach ich auch mein Netzwerk und sowas. Okay, lass uns mal hier rüber springen und dann geht's los. Nimm dir die linke Kiste, okay? Äh, ja. Und go. Oh. Hast du es geschafft? Ja. Ich hab ein Schwert und eine Rüstung. Okay, ein Schwert, sehr gut. Dann komm runter, schnell ins Wasser. Okay. Also, dass du gerade ins Wasser springen kannst. Oh, ich wurde direkt geboxt. Soll ich runter? Oh Gott, da war jemand in der Axt, ich bin runtergeboxt. Ich bin ganz unten. Nein, nicht ganz runter. Nein. Oh, du solltest nicht ganz runter. Scheiße, ich muss jetzt gleich zu dir kommen. Okay, soll ich sie töten hier alle? Ja, tötest du. Töte jeden, töte jeden. Töte jeden. Soll ich auf dich warten? Ne, ähm. Wenn du alle getötet hast, da, versuch wieder hoch zu schwimmen, okay? Ja, okay. Oh Gott. Da im Haus ist jemand. Oh Gott. Herr Bergmann. Ja. Ungespielt, Mann. Was ist los? Was hast du mich hier reingeführt? Ich hab ein Schwert. Ich hab ein Schwert. Okay, ich komm jetzt zur Hilfe. Ist ja völlig... Kommst du hoch? Ich komm hochgeschwommen, ja. Zack, du kommst wieder runter, du Hund. Ich bin jetzt hier auf der zweiten Ebene. Hä? Oder auf der ersten. Ich seh dich nicht, ich seh dich nicht. Da, da. Renn weg, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich bin hier immer noch am Hochschwimmen gerade. Achso, du bist am Hochschwimmen. Ja gut, ich seh dich, glaub ich. Ah! Ich komm gleich. Bist du in der Mitte in dem großen Loch? Ja, warte, warte, jetzt. Ich komm grad hochgeschwommen. Und jetzt bin ich hier bei so Zäunen. Ne. Ah, ich seh dich, ich komm zu dir. Ich seh dich, ich komm zu dir. Komm raus da, komm raus da. Oh, Herr Bergmann, Herr Bergmann. Hallo. Hallo. Guck mal, ich hab noch Schuhe für dich. Guck mal, was du hier fett gelootet hast. Ey, das ist ja unglaublich. Aber ich hab noch, ich hab Eisenschuhe, seh ich gerade. Ist alles gut. Ah, gut. Hast du Feile? Hast du Gold? Ich hab Gold, ja. Ja gut, wenn du Gold hast, komm mit, ich hab einen Geheimgang. Okay, okay. Ja, komm mit. Es gibt hier so einen geheimen Tresorraum. Okay. Ja, in diesem Haus ist er drin. Hier gehen wir jetzt rein. Und dann müssen wir ja Gold für bezahlen, ja. Oh, da hat schon jemand geöffnet. Oh, das gibt's noch nicht. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn. Ja, ja, ja. Ha, ha, ha. Oh. Sauber. Alter Schwede, ey. Ich hab nur noch Gold. Oh Gott. Okay, er hat den Tresor schon geöffnet gehabt. Er hatte schon Gold. Was wär da drin gewesen? Da sind schöne Sachen drin gewesen. Zum Beispiel können wir jetzt einen Eisenschwert machen, wenn du Sticks hast. Ich hab keine Sticks. Okay, dann guck mal in die anderen Truhen rein. Ich pass auf den Eingang auf. Okay. In diesem Tresor müssen noch Truhen sein. Schau mal rein. Hm. Ups. Und er isst dir was, damit du breckst. Ja, warte mal. Okay, okay. Und hier ist ein Bogen. Ich hab hier Kekse. Danke. Uiuiuiuiuiui. So. Ich hab nur Essen gekriegt. Nur Essen, das ist immer noch gut. Das sind ja die Hungerspiele hier. Da braucht man immer was zu essen. So. Willst du was haben? Ich hab auch selber sehr viel Essen. Okay. Was ich noch bräuchte, wäre ein Stick, weil ich hab nämlich zwei Eisenbarren. Ah. Lass mal kurz noch gucken. Ja. Hm. Okay, aber egal. Das ist schon mal ein guter Ausbeuter, weil wir sind schon ausgerüstet. Ich hab noch ein Lederkäppchen für dich. Oh ja. Danke. Bitteschön. Hast du eine Hose? Nee, eine Hose hab ich nicht. Doch, hab ich doch. Entschuldigung, Entschuldigung. Alles gut. Sehr gut. Okay, dann lass uns mal auf die Jagd gehen nach Sticks. Weil dann können wir uns ein Eisenschwert machen. Okay. Wieso hast du denn hier in Gold und in Eisen alles? Hier und so. Ja, weil ich der Loot-Babo bin. Achso. Achso. So läuft das dann. Okay. Okay. Merk schon. Hier ist doch gar nichts los. Wir haben schon gewonnen. Kann das sein? Alle ehrfürchtig geflüchtet. Ja, ja. Die haben Respekt. Wenn Herr Bergmann kommt mit seinem Schnäuzer. Ich hoffe doch. Hier ist ein Steinschwerter. Hast du schon? Ja. Boah, wir haben einen guten Start hingelegt. Du musst jetzt sagen, so einen guten Start habe ich noch nie hingelegt. So einen guten Start habe ich noch nie hingelegt. Nur weil Herr Bergmann dabei ist, hat es diesmal so gut geklappt. Yay. Bist du hochgegangen? Ich bin hochgegangen. Sehr gut. Aber ich sehe gerade nicht nur deinen Namen, sondern ich habe da unten noch einen Namen gesehen. Oh oh. Aber jetzt gerade nicht mehr. Bist du ganz hochgegangen? Ne, ne. Aber soll ich hochkommen mit dir? Warte mal. Da unten ist einer. Warte mal. Ja, okay. Da bist du. Alles gut. Okay. Lass mal hier hochgehen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Sehr gut. Sticks. Ich habe Sticks. Okay. Ab in die Mitte. Ab in die Mitte. Ja. Pass auf, wenn du diese Map noch nie gespielt hast, was ich glaube, gibt es hier eine ganz große Schwierigkeit. Hier ist ein Angeln. Warte. Kannst du mit Angeln im PvP umgehen, weißt du wie das geht? Nö. Ne, ne, ne. Ich muss dazu sagen, du entjungferst mich hier gerade, was richtige Survival Games angeht. Ach so. Ja, guck mal, direkt von, als wäre ich so ein Groupie, weißt du, hinter der Bühne, ey, von Oasis und lass mich jetzt direkt hier von Oasis durchnudeln. So ist das hier gerade für mich. Ih, lass die Gedanken aus meinem Kopf verschieben. Ja, Entschuldigung. Warte. Gibt es hier unten auch noch Work Benches? Ja, hier unten gibt es auch noch Benches. Okay, dann brauchen wir gar nicht hoch. Beschütze mich mal ein bisschen. Ich beschütze dich. Bist du mein Bodyguard? Ich bin dein Bodyguard. Ich schaue mich hier. Kling, kling, kling. Katsching. Da, 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 da. So. Ich habe ein schönes Eisenschwert. Ich habe leider keine Rüstung mehr für dich, die noch besser ist. Ja, kein Problem. Aber dann würde ich sagen, mit dem schönen Eisenschwert, gehen wir jetzt auf die Beutejagd. So. Hast du mir irgendwas gegeben? Äh, nö. Achso, okay. Hätte jetzt sein können. Ne, ne, von mir kriegst du gar nichts. Ne, um Gottes Willen. Von mir kriegst du. Wir haben auch eben einen Namen gesehen. Lass mal gucken, wo der war. Der war unter uns. Da unten ist ein Name. Oh, oh, oh. Ne, das war nur Dreck auf meinem Bildschirm. Jetzt keine Paranoia hier entwickeln. Das macht mich nervös. Hinter mir, hinter mir. Ha, ha, ha. Spaß. Hm. Ich würde auch immer gerne in dieses Haus hier rein. Okay. Hier oben ist so eine Disco drin. Lass mal da reingehen. Architektonisch auch eine Meisterleistung. Auf jeden Fall. Ich verstehe dein Anliegen. Äh, hier ist leider schon jemand gewesen. Aber ich würde trotzdem gerne mal in die Disco gehen mit dir. Okay, sehr gerne. Warte mal. Kennst du den DJ? Den DJ kenne ich persönlich. Der legt wirklich gut auf. Okay. Darf man sich was wünschen irgendwie? Äh, darf man. Aber er ist meistens nicht tagsüber im Haus. Also das ist ja jetzt gerade falsche Uhrzeit, glaube ich. Schade. Wir können ja mal hochgehen. Wir können uns hier auch ein Zimmer mieten, wenn du magst. Mh, da später gern. Ich würde sagen, wir müssen noch ein paar Leuten ein bisschen zeigen, wo hier das Eisenschwert Die Angel hängt. Was muss man mit der Angel, was kann man denn da tolles machen? Äh, zum Beispiel wenn du jetzt auf mich zukommst. Ich will jetzt den Gegner, okay? Ja. Versuch mich mal zu töten. Ah. Soll ich mal hinterher kommen. Okay. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Ich kann die Gegner auf Distanz halten. Ach so. Das dürfen wir nicht nochmal machen, weil es hat mich gerade heftig getroffen. Hey. Tut nichts. Die macht keinen Schaden. Die hat nur auf Distanz. Ach so. Guck. Die kommt nicht zu mir ran. Ja, pass mal auf. Kriech hin, ey. Oh. Ah, Herr Bergmann, der PvP-Pro. Guck mal hier. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Also gegen normale Gegner ist die Angel zu gebrauchen, aber ich gegen Herr Bergmann. Nee. Das ist der Bart. Disco and the Red Moon. Die Angel hat sich im Bart verhangen. Guck. Hier ist die Disse. Nein. Nicht da runter fallen. Nicht da runter fallen. Okay, okay, okay. Und hier hängst du immer ab so mit Dehner und Gronkh und all den anderen. Ja, Gronkh, Dehner, so die Leute halt. Okay. Cool. Und dann schaut ihr da durch das kleine Loch, wo ich gerade nicht reinfallen durfte, aufs niedere Volk. Oh. Das ist die Mädchentoilette. Ach, wie süß. Ist das nicht schön gebaut? Das ist traumhaft. Hier ist sogar noch was drin. Ich habe einen schönen Helm für dich gefunden. Ein Krönchen. Sehr schön. Danke. Ein goldes Krönchen. Da hat wohl jemand die Toiletten nicht geplündert. Ja, wie lange dauert denn so eine Runde? Ich dachte, das wäre hier Rampage Mode im Dauerzustand. Aber wir machen das ja ganz easy hier. Die Map ist ziemlich groß, also es ist so eine Zukunfts-Map hier. Okay. Wir sind halt nur in der Stadt jetzt geblieben, ne? Und es gibt außerhalb der Stadt gibt es nochmal so richtig... Lass mal hier den Strahlwasser runterschwimmen. Okay. Pass auf, dass es nicht irgendwo runterfällt, sondern... Nein. Wenn du irgendwo aufprallst, das wäre nicht so gut. Ja, relaxed, ey, auf jeden Fall. Kann man sehen, wie viele Leute noch leben? Mit Tapp. Mit Tapp wieder, ne? Ach, guck mal hier. Ich heiße übrigens, falls die Leute sich wundern, ich heiße übrigens Herobrine. Wieso das denn? Nicht mit oben gespielt? Ne, ich habe mich umbenannt. Okay. Das ist ganz praktisch. Ey! Guck! Die Angel ist gefährlich. Du Schlawiner wieder. Du Schlawiner. Das Cybermobbing, das weißt du, ne? Inzwischen ist das strafbar. Nice Nick. This is not my Nick. You will die. Komm, ich bin Hero. Hast du mich jetzt hier in deiner Angel, oder? Ich habe mich jetzt in deiner Angel, aber jetzt nicht mehr. Oh. Ich lasse dir auch gleich mal frei, äh, Freilauf. So. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal aus der Stadt raus und suchen jetzt mal die, äh, warte mal, ich geh mal ganz kurz gucken, wie viel Zeit noch. Okay, 21 Minuten. Noch vier Minuten ungefähr, dann, ähm, gibt's den Kisten-Refill. Okay. Das heißt, in der Mitte. Da hinten, da hinten. Komm, 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 komm. Da sind direkt zwei. Oh, sehr gut, ein Zweierteam. Schleich, 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 schleich. Ja, ja, ja. Komm, ich bin Pro-Gamer, kein Problem. Oh, los, jetzt! Lauf! Jetzt los! Ah! Hinter dir, hinter dir! Lauf, Herr Bergmann! Ja, warte, 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 warte. Oh Gott, oh Gott. Okay, renn weg, renn am besten weg, wenn du es nicht schaffst. Okay. Ah! Herr Bergmann! Ich weiß nicht, ich drehe mich einfach nicht um und renne einfach. Dann passt das schon. Ja, ja, ist gut. Sag mir bitte, dass du das da hin. Ja, ja, wir treffen uns. Oh, jetzt hier lang, hier lang, hier lang. Okay. Okay, okay, okay. Ja, war doch kein Problem. Kurz aufregend. Nee. Die kommen aber jetzt. Dann kommen die. Pass auf. Bogenspannen und drauf. Ich hab doch gar keinen, gar keinen Dinger. Okay, drauf, 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 Herr Bergmann. Oh, du! Nein! Nein! Oh, ich hab den gekillt. Was hat der denn mit dem Hack drin? Der ist ja so um mich rumgelaufen. Aber es ist jetzt Finale. Äh, spektatest du mich? Ich spektate dich. Okay, pass auf. Ich versuche jetzt wegzurennen. Ich hab nämlich noch, ich hab nämlich nicht mehr so viel Leben. Oh, der Tür brennt ja hinterher. Oh, oh. Oh, oh. In fünf Sekunden ist Finale und ich bin nicht gerade mal. Oh Gott. Wie spektate ich? Ich kann nicht. Äh, du musst auf den Kompass klicken und dann auf meinen Namen. Ah, okay, okay, okay. Ah, aha, okay, okay, okay. Ah, okay, okay, okay. Ah, okay, okay, okay. Gut. Da hinter dir kommt danach. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Weiß, weiß. Oh Gott. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Ich muss ein bisschen, ich muss ein bisschen versuchen zu raggen. Äh, ich hab mich gerade, äh, satt gegessen. Ja, ich hab einen von dir ausgeschaltet. Boah, der ist ja um mich rum geöpft wie sonst noch jemand. Aber er ist dir hier knallhaft in den Fersen, ey. Der rastet richtig aus. Der lässt dich locker. Den anderen, den anderen hab ich mir, äh, geschnappt. Okay, hab mir die Rüstung geschnappt. Der geht nicht weg von mir? Nee, der geht nicht weg. Der ist, äh... Okay, dann muss ich nämlich... Doch, er ist jetzt weg. Oder? Nee, er steht dort. Also, entweder ist ein harter Leck hier. Nee, nee, er ist hier stehen geblieben. Er ist da hinter dem Baum, okay. Gib ihm! Gib ihm! Oh. Okay, jetzt bin ich wieder in irgendeiner Arena. Ach, Deathmatch, okay. Gut. Ja, er ist tot. Geht weg von mir. Ich hab einen getötet. Ich bin ein blutrögensiger Mörder. Okay, die beiden sind Feinde. Oh Gott, ich will erstmal erstmal hier stehen. Oh Gott. Jetzt hast du denn hier alles verloren. Ausgelaufen? Ja. Oh Gott, ich hab, ich hab Pfeile. Die, wenn die wegbleiben, dann kann ich mir noch ein bisschen Sachen nehmen. Also, er ist ja klug. Lass sie erstmal, lass sie erstmal ihr Problem klären. Aber sind die beide zusammen? Nee, sind sie nicht. Nee, nee, sind Feinde. Aber er versucht auch Sachen zu klären. Okay, ich hab ihn weggezählt. Ich hab ihn aus der Fluss geschlagen. Herr Bergmann, wünsch mir Glück! Ja! Da ist noch ein Eisenhelm, den möcht ich mir gerne schnappen. So, Vorsicht, er kommt, er kommt. Er ist hier komplett zielsicher. Zielsicher, ungespielt werzig, ungespielt werzig. Jetzt kommt hier Jumle, Jumle und rennt weg, rennt weg. Keine Chance für ihn. Ja, komm, komm, du willst, du willst ihn anlegen. Er genießt das hier richtig aus der Distanz, ey, ich sag's dir. Oh Gott, ich muss den Eisenhelm aufheben. Vorsicht! Die sind hier grad mit Pfeilen und so, ne? Vorsicht! Ich bin voll iron, ich bin voll iron, ich bin voll iron. Jetzt mach mich stolz, wirklich. Ja, ja, okay, ich geb mir alles, ich geb alles, ich geb alles, okay? Ich hoffe doch, du solltest immer alles geben, Mann. Gib ihm! Ah, er hat mich blöd erwischt, ich hau ab, ich hau ab. Oh, der andere geht auf den. Uhuhuhu, was für ein Finale. Guck mal, jetzt machen die das hier kleines hier. Was für ein Finale. Oh Gott, ich geh jetzt auf Distanz wieder rein. Alle gegen alle, das ist ein spannendes Finale auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist, äh... Ah, das ist, Herr Bergmann, das durfte nicht passieren, dass du fällst. Nee, nee, es ist... War abzusehen leider. So, ich hab aber die Angel, ich hab leider keine Pfeile mehr. Ich tausch die Angel mit dem Bogen. Okay. Du bleibst erstmal weg, mein Freund. Oh, ich muss... Gott, wenn ich einen töte... Oh, wenn ich einen töte, dann wird der andere versuchen, mich zu schnappen. Ja, aber jetzt sind wir eigentlich Ende hier, pass auf. Er kommt von hinten jetzt. Lass ihn nicht zu nah ran, komm jetzt. Ja, 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 ich renne. Oh... Die sind, glaub ich, beide hinter mir. Was geht da ab? Ja, jetzt kämpfen die. Jetzt ist meine Chance, jetzt muss ich eingreifen, jetzt muss ich eingreifen. Jetzt, komm, voll rauf da, voll rauf! Bam, 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 bam. Sauber! Ich hab' echt schworfen! Aber hinter, hinter! Oh, vorsicht, 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 vorsicht! Ja! Super! Woo! Jawoll! Aber guck mal, jetzt steht hier dein Real-Name, ey. Ich habe es für uns gewonnen, Herr Bergmann. Ich weiß, ich hab's gefühlt hier. Es kam richtig deep, so durchs Herz geschossen, ey. Deep in my heart! Jawoll! Jetzt geht es in die Lava hier, um nochmal, okay. Wenn man unbesiegbar ist, kann man in die Lava springen. Grandiose Runde, wirklich. Also ich hätte mir kein schöneres erstes Mal vorstellen können. Ja, es tut mir wirklich leid, dass dieses Zweierteam uns dann so ein bisschen auseinandergenommen hat. Kein Problem. Aber der eine, das muss ich nochmal in meiner Aufnahme gucken, der wollte mich danach auch erwischen. Der ist um mich rumgehüpft. Der war giftig. Ja, es gibt so einen Mod, der heißt Better Sprinting und das benutzen ja manche, weil es nicht verboten ist. Aber es ist eigentlich so ein bisschen lame, weil dann kann man halt ohne Abzug kann man da so sprinten und so. Okay. Das hat der wahrscheinlich drin gehabt. Also ich weiß nicht ganz genau, ich kenne mich da nicht so hundertprozentig aus. Man munkelt. Wieso ist das nicht verboten? Ja, weiß ich nicht. Das Wort haben wir ja erlaubt und da keine Ahnung. Okay. Aber ist uncool, wenn ihr es benutzt. Versucht lieber ohne. So, boah, Nervenkisschen. Lass mal in die, geh mal in die, geh mal ein. Ach nee, du bist ja gar nicht Premium, sonst wäre ich mit dir in die normale Hand gegangen. Schade. Hätten wir jetzt nochmal ein schönes Zusammen-Hinstellende machen können. Aber nichtsdestotrotz war wirklich eine geile Runde. Hat Spaß gemacht. Finde ich auch. Bin auch am Zittern. Und ans Ende, das war wirklich, ich hatte Angst. Selten war es so spannend, ne? Ja. Ja, Leute, also Herr Bergmann kennt vielleicht manche aus dem letzten, also vor einem Monat ungefähr in den letzten Monats, da habe ich den Herr Bergmann vorgestellt. Und wenn ihr euch dafür interessiert, mal von Herr Bergmann die Sicht zu sehen, dann schaut einfach mal in die Beschreibung, erster Link, und schaut auch mal da vorbei. Und wenn ihr auch mal Bock habt, dass wir zusammen mal vielleicht Trouble Mine oder was anderes spielen, Heid and Seek, könnt ihr das gerne abschreiben. Also wir sind da offen für alles. Wir haben jetzt erstmal mit einer Runde des Survivalents angefangen und der Herr Bergmann ist halt noch nicht so viel, noch nicht so versiert, was Multiplayer-Server-mäßig sowas angeht, ne? Du musst das noch lernen, total, ich weiß. Ja, ich glaube, den Herr Bergmann müssen wir hier nochmal so ein bisschen öfters mitnehmen, damit der auch mal hier das alles... Absolut. Also wenn ihr Ratschläge habt und Tipps, dann bitte gerne her damit, ey. Ich bin hier noch total unbeholfen. Ein ungeschriebenes Blatt, möchte ich sagen, das ihr beschreiben könnt. Ja. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Finde ich auch. Um die 15 Minuten, sehr, sehr schöne Runde. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Bewertungen dalassen. Und haut rein. Macht's gut. Tschüss.